servus freunde mr kader wieder am start zusammen mit mr thunder und wir machen die burp challenge allerdings nicht mit spray sondern mit mineralwasser funktioniert genauso also viel spaß sei dabei da muss man so hart aufs klo ja 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 Jetzt kommt das grande Final. Komplett. Wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut. Peace out. Ciao.